Hallo zusammen, ihr seid bei der Südpul-Show 92.4. Ich bin Yannis Liebener und spiele Gideon de Vier. Ich kann so nicht arbeiten. Und bitte. Sie waren ja sympathisch, nicht wahr? Toll, komm. Vielleicht kriegen wir noch einen schönen Outtake. Oh fuck. Moment, jetzt geht's gleich wieder. Tut mir leid, dann wäre echt leid. Komm, Alter, ich gehe mal hin. Na toll. Ich glaube, wir fangen nochmal an. Ja, danke. Hallo liebe Zuhörer von Südpul-Show. Von der Südpul-Show. Oh Gott, sowas ist echt schwer. Hallo Zuhörer von Südpul-Show 92.4. Jeder Samstag nur um 10 Uhr. Bitte reden? Nein, wir machen nur eine Referenz. Achso. Hallo ihr Lieben, ihr seid bei Südpul-Show 92.4. Da steht alles richtig. Und ich bin Yannis Niebünner und spiele Gideon de Vier bei Smaragdgrün. Und ich bin Maria Ehrich und spiele Gwendolyn Shepard bei Smaragdgrün. Wir wünschen euch... Nein, liebe Grüße... Fuck, ich habe es versaut. Okay, liebe Grüße. Einfach. Ja, das machst du nochmal. Okay. Ich werde diesmal nichts mehr sagen am Ende. Einfach. Schön, und es ist der letzte von den drei Teilen der Zeitreise-Trilogie. Und ja, guckt ihn euch an in den Sommerferien. Viel Spaß erstmal in den Ferien. Und dann geht ins Kino. Wir hoffen, wir können euch dann mal im Kino sehen. Oder ihr uns, besser gesagt. Zu allen Zeiten. In allen Zeiten. Nicht nur in der Spätvorstellung. Auch vormittags, mittags, nachmittags, morgens auch. Und in der Nacht manchmal auch. Und läuft eigentlich immer. Guckt ihn euch an. Viel Spaß. Hallo ihr Lieben. Ihr seid bei Süd... Hallo ihr Lieben. Ihr seid bei der Südpolshow 92.4. Und ich werde niemals ins Radio gehen. Ich bringe dich jetzt zur Loge. Du musst elapsieren. Egal was zwischen uns passiert ist. Gwen, die sind unberechenbar. So wie du. Verdammte Auge. Sekunde. Sag nochmal den letzten bitte. Gwen, die sind unberechenbar. So wie du. Können wir bitte einmal noch. Wieder einmal. Okay. Jetzt mal ganz kurz. Ich mach hier gar nichts. So ist es nämlich am Set dann. Hallo zusammen. Ihr seid bei der Südpolshow 92.4. Ich bin Janis Nievener und spiele Gideon Deweyé bei Smaragd-Grün. Und ich bin Maria Erich und ich spiele Gwendolyn Shepard bei Smaragd-Grün. Danke für die Fähigkeit. Danke auch. Ich wollte schon wieder irgendwas sagen. Hab dann aber noch zu... Halt die Klappe, Maria.